Einen wunderschönen, da bin ich auch schon wieder euer Odin und wir machen bei OK auch wieder weiter. Wir haben jetzt hier die Ladestation, also den externen Akku mit 12.000 mA. Den werden wir uns jetzt als nächstes mal angucken. Wir haben einmal den Akku mit bei, dann haben wir User Manual und Karte mit bei und wir haben einen Kabel mit bei und hier gleich mal reingucken. Merci. Durch den FHQ und Lösungen. Ich habe auch wieder eine deutsche Anleitung mit bei. Okay. So. Die sieht jetzt so vom ersten Augenblick, sieht die sehr schön aus. Das ist jetzt praktisch die, die ist auch wieder so gummiert. Den werde ich euch gleich noch vorführen. Hier an der Seite ist sowieso geriffelt, also kann man auch vernünftig festhalten, ohne dass man Angst haben muss, dass er Ihnen aus der Hand fällt. Dann haben wir hier USB-DC-In. Also USB und DC-In haben wir hier. Okay. Da ist dann einmal USB 3.0 und da ist der kleine Stecker, der ist für Beladen. Das funktioniert dann praktisch auf der Seite. Da. Und den macht man dann einfach in den Wandadapter drin und dann wird es beladen. Ihr könnt jetzt aber auch den Kabel auch umgedreht benutzen. Das einfach reinstecken bei dem großen USB und eine kleine einfach in euer Handy und dann könnt ihr euer Handy laden. Dann haben wir noch einen kleinen USB hier, das im USB 2.0 so wie es aussieht. Der ist da auch noch und die sind alle unter diesen Gummis geschützt. Hier haben wir dann auch wieder. Okay. Hinten steht dann drauf halt. Oh, wir haben hier auch so ein Wabenmuster. Sieht auch sehr interessant aus. Seht ihr das? 12.000 mAh. Solar Batterie Change. Changer. Ach, dann ist das Solar hier. Dann kann man die sogar, dann wird das hier der Solar sein, dass man die so einfach nur Sonne legen muss und dann kann man nicht aufladen. Das ist ja natürlich richtig geil, wenn man an den Strand fährt. Das ist ja geil. Da muss ich jetzt erstmal im User Manual nachlesen, weil das hatte ich so gar nicht gesehen. Die Oberseite ist definitiv ein Solarpanel. Na, wie geil ist das denn? Also das muss ich auf jeden Fall testen. Jetzt beim Winter macht sich das schlecht. Und jetzt den roten Schalter. So. Da. Und hier drückt halten, dann geht es da an. Nochmal drückt halten, aus. Einmal drücken, müsste die jetzt hier auch eigentlich ausgehen. Die leuchten. Und hier drücken. Ah, jetzt habe ich es ausgekriegt. Okay. Wenn wir sie einmal drücken, haben wir es an. Wenn wir dann gedrückt halten, geht die Lampe an. Und wenn wir dann nochmal gedrückt halten, geht die Lampe aus. Und wir müssen weiter gedrückt halten, dann ist der Akku auch aus. Das ist geil. Jetzt bin ich aber mal sehr gespannt, weil ich hatte schon mal einen Akku, also einen externen Akku, mit dem ich nicht so zufrieden war. Jetzt bin ich mal gespannt, ob der da anders ist. Ich mache mal gleich an den USB 3.0 Port dran. Achso, wenn man so von der Seite guckt, dann sieht man so ja, dass es so ein bisschen linienmäßig ist für die Solarpanels. So, und jetzt bin ich mal gespannt. Jetzt markt das einfach mal an meinen Akku ran, an mein Handy. Es lädt auch. Also nicht auf meine Freundin achten, sondern um auf den Energiebalken. Da hat die so einen Blitz. Und jetzt bin ich mal gespannt. Es passiert nichts. Das ist cool. Es passiert nichts. Also es ist kein nerviges Piepen oder ähnliches, weil das ist ja dann auch, wenn du das dann zum Laden hast, wenn du dein Handy lädst und gleichzeitig Strom tankst da drüber oder so und das auf der Decke so ein bisschen neben dir liegt und man hört dann die ganze Zeit diese Nerve piepen, das ist dann natürlich kontraproduktiv. Ist hier definitiv nicht. Das finde ich geil. Also den werde ich auf jeden Fall, ja gut, jetzt bei den Witterungsverhältnissen, jetzt kann man das schlecht testen, weil selbst meine Solarlichterketten draußen funktionieren momentan nicht wirklich. Also sie funktionieren aber halt nicht lange, weil das Licht halt nicht ausreicht momentan. Das ist halt, aber ich halte euch da auf jeden Fall auf dem Laufenden. Das ist natürlich für unterwegs. Das ist natürlich noch besser geeignet, noch viel geiler. Ja, wenn man denn einen externen Akku hat, der sich selber so ja nachladen kann. Finde ich saugeil. Also das finde ich jetzt, das ist, also das habe ich so in der Beschreibung ja nicht gelesen, wo sie mir das geschickt hatten und gefragt hatten, aber hinterher ist man immer klüger. So, dann packen wir das wieder ein. So, dann packen wir das auch wieder weg. Dann würde ich sagen, als nächstes mache ich den, das Headset mache ich später, als nächstes mache ich den Flieger, auf dem bin ich total heiß. Mal gucken, wie lange habe ich noch. Ich habe noch eine halbe Stunde, bevor ich meine Tochter holen muss. Passt. Gut, dann würde ich sagen, dann sehen wir uns im nächsten Video mit diesem Minicopter. Ich bin mal sehr gespannt. Bis dahin verabschiede ich mich, wenn es euch gefallen hat, lasst ihn da oben da. Ahoi. Sagt euer Rudin.